Jetzt einmal hier. Danach hast du entweder Zuschauer oder Leute, die es mögen. Einste? Ja. So, der Trick war nah bei dir bleiben, ne? Der Trick ist immer nah bei mir bleiben, oder sowas, ja. Der Porsche hat eine Haftpflicht, oder? Nah am Auto oder bei Matt, ja. Schönes Gegenlicht, vor allem mit dem da hinten. Ich hätte eine Kamera mitnehmen sollen. Wenn wir den Bitten und Klamotten hier entledigen, das können wir jetzt nicht liegen, ne? Ja, machen wir doch. So, dann ein bisschen bekämer sein. Gehen wir's an. Ach, schau nicht gleiche. Noch nicht, oder? Wenn die Rehabe jetzt bleibt, dann wird das nicht ein bisschen. Ach, schau nicht. Ja, das ist doch nicht. Gehen wir's an. Wie lange dauert das, bis du den jetzt im Griff hast? Ja, genau. Toll! Wow! Oh! 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 Was ist das denn? Der Rasenmäher! Oh Mann, macht's nicht! Die Höhe ist ein bisschen glatt, da ist gar kein Steg, das erlaubt nur eine gewisse Fluchhöhe. Die liegt irgendwie da hier. Die Figur sieht total aus. Warum? Das ist die schwierigste Flugleide, die ich so kippe, rückwärts. Dann fliegt es auf dem Rücken und rückwärts. Alles ist ganz woanders da, von Steuern her. Okay. Wie lange rückt man, um das so hinzufügeln? Einmal. Ja? Es ist aber kein Programm mit dem Gerät, das einfach nur abspult, ne? Nein. Wenn ich einmal missgesteuert hätte, wäre er ein Acht. Die Rückenreis. Von der Rückenreis. Von der Akku leer. Von der Akku leer. Definitiv bei den Krapfen, die am Anfang geflogen sind. Ich hoffe, die Herren hatten ein wenig Spaß. Definitiv. Respekt. Respekt. Sehr absurd. Sehr absurd. Ja.